Einen Augenblick. Eigentlich müsstest du dir noch diese Bücher ansehen, Franz. Ich studiere jetzt sehr eingehend diese Erfahrung. Man kann unheimlich viel aus ihnen lernen. Aber ich wollte jetzt etwas anderes. Er blättert in einem dünnen Heftchen. Also, mein Plan ist fertig. Ich habe hier den Eisenbahnfahrplan. Hör mal gut zu. Wenn du keinen anderen Bescheid bekommst, dann wird morgen Nachmittag um 16 Uhr, wenn der Personenzug von Barmen nach Elberfeld vorbeirollt, die Sache steigen. Ja, das wäre der Anfang. Und Klappe die zweite für die wunderschöne Montagsfolge. Das Café am Rande der Welt, Reise um ein Zimmer. Was eine Sauerei mit der Asche. Sehr geschickt von mir. Ja, Hauptsache es klappt. So, Otto. Wir sind schon da. Sie steigen die Treppen hoch bis zum vierten Stock. Franz klopft. Eine Frau öffnet. Tach, Martha. Lass uns doch ein bisschen rein. Und damit herzlich willkommen zur neuen Woche mit den Satzfalten. Mit Herrn Olaf Reitz. Und Herrn Jan Kraienkamp. So, volle Bücher. Neue Bücher. Herr Kraienkamp, würden Sie anfangen? Ich drehe das Buch um und lese den Klappentext. Wie die vier apokalyptischen Reiter fallen Flexibilisierung, Entfremdung, Sicherheitsverlust und Erfolgsdruck über die Postmoderne her und hinterlassen unter den Trümmern der Traditionen eine zutiefst verunsicherte, orientierungs- und ratlose Gesellschaft. Unerreichbare, massenmedial verbreitete Idealbilder von Schönheit, Coolness und Glück machen die Krise des eigenen Selbst zu einem Automatismus. Profitieren auch Sie vom Klima der Angst. Schreiben Sie jetzt einen Ratgeber. Ach, sagte das Känguru und winkte ab. Ohne ein weiteres Wort hüpfte es aus dem Buchladen hinaus. Als es weg ist, stecke ich heimlich den Ratgeber über das vorlaute Känguru unter mein T-Shirt. Vielleicht steht ja noch was Nützliches drin. Wer immer einen Katalog von Ungeheuern erstellen wollte, müsste nur in Worten jene Dinge fotografieren, die die Nacht schläfrig schlaflosen Seelen zuträgt. Diese Dinge sind zusammenhanglos wie Träume, ohne das Alibi, man habe geschlafen. Sie schweben wie Fledermäuse über der Passivität der Seele oder wie Vampire, die das Blut der Unterwürfigkeit saugen. Es sind Larven im Müll an Abhängen, Schatten, die das Tal bevölkern, Spuren zurückgelassen vom Schicksal. Manchmal sind es Würmer, ekelerregend selbst für die Seele, die sie hegt und aufzieht. Ein andermal sind es Gespenster und um Kreisen düster ein Nichts. Dann wieder schnellen sie wie Schlangen aus den absurden Schlupfwinkeln verlorener Gefühle. Ballast des Trugs besteht ihr Nutzen einzig darin, uns unnütz zu machen. Es sind in die Seele gestreute Zweifel des Abgrunds, schläfrig kalte Falten im Gefolge. Sie vergehen wie Rauch und verwehen wie Spuren, und wir waren nie mehr als der sterile Stoff unseres Bewusstseins von ihnen. Bisweilen sind sie wie ein inneres Feuerwerk. Es steigt eine Zeit lang glitzernd auf zwischen Träumen und alles Übrige ist, was unser unbewusstes Bewusstsein von ihnen wahrgenommen hat. An meinen Zigarettenrauch Gleite ins Weite und in die Höhe Adieu, du zartes Bläu Meines Zigarettenrauchs, der du so sanft entfließt Wenn du ein zierliches Nasenloch siehst, küsst dem die Haare als Gruß meines Hauches. Ob dich ein Höhendruck zur Erde zurückschlägt, eine Strömung eines Windes ruck, dich zu Himmelsglück trägt, finde das, was du erwartest. In dem holtgewürzten Augenblick, da du mir startest, spielte Ziamonika Musik, ein Lieblingslied von mir, La Paloma Und auf Schwingen dieser Volksweise steigst du auf Glückliche Reise Aus Nikotin ins ewige Aroma Wer lacht hier, hat gelacht Hier hat sich's ausgelacht Wer hier lacht, macht Verdacht, dass er aus Gründen lacht Wer weint hier, hat geweint Hier wird nicht mehr geweint Wer hier weint, der auch meint, dass er aus Gründen weint Wer spricht hier, spricht und schweigt Wer schweigt, wird angezeigt Wer hier spricht, hat verschwiegen, wo seine Gründe liegen Wer spielt hier, spielt im Sand Wer spielt, muss an die Wand Hat sich beim Spielen die Hand gründlich verspielt, verbrannt Wer stirbt hier, ist gestorben Wer stirbt, ist abgeworben Wer hier stirbt, unverdorben Ist ohne Grund verstorben Von einem unbestechlichen Ministerpräsidenten und dem brennenden Wunsch eines Untertanen, seinen König zu kidnappen Sollte dieser absurde Tag denn niemals ein Ende nehmen? Nummer zwei setzte sich auf seinem Kissenberg auf und sah die drei jungen Frauen an, die soeben aus der Kiste gekrochen waren Was passiert denn noch so alles? fragte er Nombeko hatte sich schon einige Sorgen um die drei gemacht Weil nicht abzusehen war, was mit ihnen passieren würde, wenn die Sicherheitsvorkehrungen in Pelindaba verschärft wurden Sie hatte schon befürchtet, dass ihre Freundin das Schicksal ereilt hatte, dass ihr selbst zugedacht gewesen war Was noch alles passiert, weiß ich nicht, sagte sie Denn so ist das nun einmal im Leben Aber ich kann dir sagen, was gerade passiert ist Jetzt wissen wir nämlich, warum das große und das kleine Paket vertauscht wurden Gratuliere, Mädels, grandioser Fluchtplan Wie krumm und zerbrechlich Arachne geworden war, wie dürr ihre Arme Kota hatte sie seit jenem Morgen nicht mehr gesehen An dem sie einer verstörten, an der Mole zusammengelaufenen Menge das schwefelgelbe Wasser der Bucht Als den Blütenstaub von Pinienwäldern gedeutet hatte Seit mit Echo die einzige Stimme verloren gegangen war, über die Arachne jemals verfügt hatte Gab es in der eisernen Stadt niemanden mehr, der ihr Fingeralphabet lesen konnte Man verstand wohl, wenn sie um Salz in Farmers Laden kam Oder in Phineos Keller eine Flasche Weingeist verlangte, um darin Walnüsse einzulegen Was die Weberin aber dachte, was sie empfand, wurde nun allein durch ihre Webbilder verständlich Deren Farbenpracht und Lebendigkeit in manchen Bewohnern Tomis Eine heimliche Sehnsucht nach einer fremden Welt hervorriefen Denn die Schönheit dieser Behänge, die man schon gegen ein Schaf, ein paar Hühner oder geschmiedeten Hausrat eintauschen konnte War mit keinem Garten und auch keiner blühenden Halde dieser Küste vergleichbar Es war einmal ein Lattenzaun, mit Zwischendraum hindurchzuschauen Ein Architekt, der diese sah, stand eines Abends plötzlich da Und nahm den Zwischenraum heraus und baute draus ein großes Haus Der Zaun indessen stand ganz dumm mit Latten ohne Wasser rum Ein Anblick, grässlich und gemein Drum zog ihn der Senat auch ein Der Architekt jedoch entfloh nach Afriot-Ameriko Ja, 20.04. Starke Ohren- und Halsschmerzen waren dieser Woche jeden Tag im Theater Werde bis Pfingsten keins mehr betreten Ja, das ist traurige Realität Das ist 1667 gewesen, glaube ich Und im Jahr 2020 Haben wir über Pfingsten hinaus kein Theater Die Sommerferien gehen nahtlos in die Theaterferien über, die schon andauern Und in die Herbstferien über Dann kommen die Winterferien Und dann wird es kalt Da ist es gut, wenn man noch Holz vor der Hütte hat Und Bücher im Schrank Und Bücher im Schrank Ja, Bücher im Schrank Viele Bücher im Schrank Denken und Ordnen hilft immer Denn das Drumherum Man kann ganz grob zwischen zwei Kategorien des Lesens unterscheiden Das Lesen, das von einer anderen, aktiven oder passiven Beschäftigung begleitet wird Und das Lesen, das nur von sich selber begleitet wird Die erste Kategorie wäre einem Herrn angemessen Der im Wartezimmer eines Zahnarztes in einer Illustrierten blättert Die zweite wäre diesem selben Herrn angemessen Der wieder zu Hause Mit seinen Zähnen in Frieden lebend Sich an seinen Schreibtisch setzt Um die Erinnerungen eines Botschafters in China Des Marquis de Morgue zu lesen Es kommt also vor, dass man liest, um zu lesen Dass die Lektüre die einzige Tätigkeit eines Augenblicks ist Ein Beispiel hierfür liefern die Leser, die im Lesesaal einer Bibliothek sitzen Im vorliegenden Falle ist die Bibliothek sogar ein spezieller, dem Lesen vorbehaltener Ort Einer der einzigen Orte, an denen die Lektüre eine kollektive Beschäftigung ist Lesen muss nicht unbedingt eine einsame Tätigkeit sein Sie ist aber in der Regel eine individuelle Tätigkeit Es kommt vor, dass man zu zweit liest Schläfe an Schläfe Oder der eine über den Rücken des anderen gebeugt Oder man liest für andere etwas laut vor Das Normalste ist das Schönste Auf jeden Fall werde ich versuchen, die kleinen Dinge zu genießen Es geht nicht darum, demnächst zu beweisen, dass ich auf dem Mond tanzen kann Es geht nicht darum, zu tönen, dass ich mich ab jetzt um die Marsmenschen kümmere Weil die keine Stimme abbekommen haben und auch mal was sagen müssen Nee, das ist es nicht Es geht um dieses Gefühl, dass es in der Welt direkt vor meiner Nase so viele wunderschöne Sachen gibt Das kann ein Baum sein, ein leckeres Essen, alles, was mir jetzt mehr bedeutet als jemals zuvor Das Normalste ist das Schönste Natürlich wussten manche Leute das schon immer Die haben wahrscheinlich nie in den Tag hineingelebt Aber deswegen muss ich mir ja noch nicht schon wieder einen Vorwurf machen Ist doch Quatsch Gibt immer Ausnahmen Gibt eben Menschen, die das Leben von Anfang an Detail für Detail fast vergessen beobachtet und geliebt haben Und daran aufgegangen sind Das ist toll Aber ich bin nun mal ein bisschen anders Ich konnte eben früher die kleinen Dinge nicht so genießen Habe zum Beispiel die Schönheit der Natur nicht richtig wahrnehmen können Das ist schade, okay Aber ich bin damit, glaube ich, nicht alleine Ja, ein anderes Beispiel scheint mir ganz besonders gut durch ein Foto illustriert zu werden Das vor mehreren Jahren anlässlich einer größeren Untersuchung über das Verlagswesen in Frankreich in der Zeitschrift Express erschienen ist Es zeigt Maurice Nadeau in einem bequemen Sessel vergraben und umgeben von Bücherstapeln, die höher sind als er Oder ein Kind, das ein Kapitel Naturgeschichte liest oder zu lesen sich bemüht, über das es am nächsten Tag im Unterricht befragt zu werden befürchtet Man könnte die Beispiele mühelos vervielfachen Was sie miteinander zu verbinden scheint, ist die Tatsache, dass dieses Lesen um des Lesens willen Jedes Mal mit einer Studientätigkeit zu tun hat, mit etwas, das zur Arbeit oder zum Beruf gehört In jedem Falle dem Bereich der Notwendigkeit zuzuordnen ist Natürlich müsste man das noch genauer definieren und insbesondere einigermaßen zufriedenstellende Kriterien finden, um die Arbeit von der Nicht-Arbeit zu unterscheiden Nach dem augenblicklichen Stand der Dinge scheint es mir durchaus angebracht, diesen Unterschied hervorzuheben Auf der einen Seite ein, sagen wir einmal, berufliches Lesen, die man sich unbedingt ganz hingeben muss, das man zum einzigen Gegenstand einer Stunde oder eines ganzen Tages machen muss Auf der anderen Seite ein, sagen wir einmal, Lesen der Muße, das immer mit einer anderen Tätigkeit einhergehen wird Und mit diesen Worten verabschieden wir uns bis morgen Mittag um viertel vor zwei auf Stew One Und geben heute an dieser Stelle zurück an die angeschlossenen Sendeanstalten Es verabschieden sich Herr Jan Kreienkamp und Herr Olaf Reitz Machen Sie es gut, wir sehen uns morgen wieder Auf Wiedersehen Machen Sie es gut, wir sehen uns morgen wieder